Geheimtipp Eholos Olivenöl von Max Werdeneck. Niemanden verraten. Der Max, ein lieber Freund von mir, wir kennen uns vom Segelfliegen, hat vor zwei Jahren beschlossen, er importiert einfach super gutes Olivenöl zu fair gehandelten Konditionen aus Griechenland. Ich als halber Grieche habe natürlich nicht anders können und habe gesagt, ja lieber Max, ich helfe dir einfach so gut ich kann und das werden wir morgen machen. Wir haben morgen viel vor, wir werden einiges über Olivenöl lernen, wir werden einiges darüber lernen, wie man das vielleicht in Österreich oder in Wien vertreiben kann. Das ist kein Werbefilm, also ich bekomme kein Geld oder so irgendwas dafür, ich bin einfach absolut überzeugt davon, ich bin absolut begeistert davon, schmeckt super gut. In diesem Sinne, ich gönne mir jetzt mal eine kleine Stärkung und freue mich schon auf morgen. Wir treffen Österreichs einzigen veganen Haubenkoch, den Siegfried Kröpfel und wir sind super super gespannt drauf. Max, vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, wie kam es dazu, wie bist du zum Siegfried gekommen und was erwarten wir uns eigentlich von heute? Den Siegfried Kröpfel haben wir auf der Vegan Planet Messe kennengelernt, dort hat er bei einer Kochshow unser Olivenöl verwendet und naja, dann haben wir heute ein bisschen geredet und hin und her gemeldet und er hat gesagt, er hat Interesse vielleicht mit uns zusammenzuarbeiten und jetzt bin ich schon sehr gespannt, dass wir ihn treffen und mal schauen, was da gehen kann, weil er mag unser Öl, glaube ich. Sehr cool. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Max, wie geht es dir? Ich bin ziemlich nervös, ja. Also einen Haubenkoch trifft man nicht jeden Tag und vor allem einen Haubenkoch, der vielleicht helfen kann, das super Olivenöl an den Mann oder die Frau zu bringen. Cool. Gehen wir rein, schauen wir, was du sagst. Ja, passt. Ja, wir waren jetzt gerade im Siegfried Kröpfel-Treffen und man muss sagen, es hat ihn sehr gemundet und wir sind im Gespräch und darauf essen wir jetzt mal eine Pizza. Ja, die ist eh ganz okay, aber ich glaube, es fehlt noch. So, gut war das, ne? Zumo war's. Perfekt. Auch zu Naturkost Sankt Josef. Danke und geil, was. Ja, ich bin sehr gut. Das ist jetzt ein frisches Öl, das kann man als frisches Öl verkaufen, oder? Ja, genau. Es schmeckt noch mehr nach Gras. Das fruchtige. Total. Okay, also, let's learn. Naturgost St. Joseph ist ein feiner Lamm. Der, der das schon seit 30 Jahren managt und macht, der Ottmar, ist ein neuer Typ. Und er kennt sich mit dem Olivenöl aus. Absolut. Das hat verdammt gut geschmeckt. Aber wir sind nicht biozertifiziert. Nicht biozertifiziert. Deshalb, ja, kommen wir nicht in den Bioladen. Bis wir unseren Bauern dazu überreden, dass er sich ein Biozertifikat leistet. Das wird noch ein bisschen dauern, aber es kommt. Oder wir schaffen es sich einfach zu überreden, das trotzdem zu verkaufen. Weil die Qualität ist ja trotzdem super. Qualität ist super. Es fühlt sich ein bisschen eigenartig an, griechisches Olivenöl an einen Griechen zu verkaufen. Jetzt geht's weiter zum Feinkostladen Dancing Shiba. Na ja, Feinkostladen und Superfood Restaurant. Also das ist die Adresse für Rohkost und vegan. Johann Schwarz, der Chefkoch vom Ark Hotel Kaiserwasser, hat uns gleich einen ganzen Karton von unserem Öl aus der Hand gerissen. Und gemeint, er wird das auf jeden Fall mal als Toppingöl in seiner Küche einsetzen. Und wir haben auch ein Foto mit ihm machen dürfen. Also war echt, echt super. Und ja, wir freuen uns. Das ist eine Ehre. Max, erklär uns doch, was ist der Unterschied zwischen einem richtig guten Olivenöl und einem richtig, richtig schlechten Olivenöl? Okay, also wenn ihr richtig gutes Olivenöl kennen wollt, dann müsst ihr einfach mal unseres kosten. Zum richtig schlechten kann man sagen, dass viel gepanscht wird. Und das wird professionell betrieben, ist innerhalb der EU-gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und zwar wird raffiniertes Öl mit hochwertigem Olivenöl, wie unseres zum Beispiel, vermischt. Das Ganze funktioniert so. Man nimmt minderwertiges Öl, es kann auch anderes Öl sein, aber sagen wir mal, es ist minderwertiges Olivenöl. Das heißt, es ist fehlerhaft, es ist nicht zum Verzehr geeignet, es ist ranzig, es ist schlammig, es ist stichig. Es hat irgendwie solche Fehler auf jeden Fall. Das wird dann raffiniert. Der Raffinierungsprozess besteht aus verschiedenen Prozessschritten, unter anderem eben sowas wie Entschleimung oder auch Desodorierung. Dabei wird mit heißem Wasserdampf das Öl behandelt und alle Geruchs- und Geschmacksstoffe herausgezogen. Man kann danach nicht mehr feststellen, welches Öl es ist. Es ist einfach Fett, das geruchs- und geschmacklos ist. Und auf dieses Fett wird dann hochwertiges Olivenöl, so wie unseres zum Beispiel, draufgetan, aber in kleinen Mengen, damit ein milder, aber doch olivenöliger Geschmack entsteht. Und genauso wird gepanscht. Eine Nebenerscheinung von dem Ganzen ist, dass bei dem Prozess des Desodorierens und dieser Behandlung mit dem sehr heißen Wasserdampf in dem Öl neue Moleküle entstehen. Und diese Moleküle stehen unter Verdacht, krebserregend zu sein. Wenn man sich das auf Wikipedia anschaut, gibt es relativ gute Studien dazu. Und zum Beispiel für Säuglinge wird das schon gar nicht empfohlen. Auch vom Deutschen Gesundheitsamt. Also Begriffe wie desodorieren, raffinieren, entschleimen, hast du gesagt, klingt eigentlich alles nach ziemlich viel Humbug. Und ich glaube, da zahlt es sich auf jeden Fall aus, was Gescheites zu nehmen. Auf jeden Fall. Einen Wöffel geben, darf. Dürfen Sie doch mal. Deshalb muss ich es leichter. Können Sie auch schauen zum Beispiel der Verschluss. Das ist ein spezieller Verschluss. Der ist komplett tropffrei. Man kann damit sauber einschenken. Also passt. Machen Sie mir ein vernünftiges Angebot, Mindestabnahmemengen, wie es sich gehört hat. Was wäre denn so ungefähr? Was ist denn die Mindestabnahmemengen? Wir verkaufen es in Sechserkarton. Ich würde zwölf nehmen, davon zwölf und als Anfang. Max, ich fühle mich wie eine Zigarre. Weinladen gesehen, Türe aufgeknallt, reingegangen, vier Kisten verkauft. Das ist geil. Max, wie bist du zufrieden mit dem Erfolg unserer Aktion? Ich muss schon sagen, es hat ganz gut funktioniert. Und dank Daniel, dank dir, wird aus mir nochmal ein richtiger Vertriebler. Ja, naja, irgendwas musst du ja von mir lernen können. Das Fazit ist schon, es ist viel leichter, gutes Öl zu verkaufen als schlechtes. Ich weiß nicht, wie schlecht das ist, aber bei dem, glaube ich, wird es ziemlich einfach werden. Das auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall ein super lehrreicher, spannender Tag. Ich glaube, wir haben viel gelernt über die Mechanik des Olivenöl-Business. Und was funktioniert, was vielleicht weniger funktioniert, wo Herausforderungen sind. Wir haben, glaube ich, einige Fans gefunden. Ja, und fünf Kisten verkauft. Und fünf Kisten verkauft, genau. Und einige Leute gefunden, die vielleicht noch gerade nicht Fans sind, aber vielleicht bald Fans werden. Also, ich glaube, das war echt super. Cool.